Hallo, herzlich willkommen bei UNU-Uni TV. Wir möchten ab jetzt mit dem kostenpflichtigen Angebot hier starten. Aus der Quad haben wir ein erstes Paket geschnürt mit Fachexperten, die agile Projektorganisation für Selbstständige anbieten möchten, werden mit kostenfreien Tools, mit Tools, die sich jeder leisten kann. Wir haben dazu ein Set von sechs verschiedenen Tools uns auserwählt, mit denen wir denken, mit denen man eine gute Projektorganisation hinbekommt. Für jedes Tool steht eine Expertin. Ich stelle Ihnen oder Euch die jetzt der Reihe nach vor. Ganz links sitzt Andrea. Andrea wird Google Drive anbieten. Sag doch mal was dazu, bitte, Andrea. Ja, das ist ganz kurz gesagt. Google Drive ist die moderne Version des guten alten Microsoft Office Paketes. Wir machen Textverarbeitung, Excel-Tabellen, Präsentationen, man kann mit Bildern arbeiten. Und das Gute ist, man kann das alles in die Projektmanagement-Geschichte einarbeiten, die uns jetzt gleich Ellen vorstellt. Mit Trello, genau. Ellen, bitte. Mit Trello. Mit Trello, genau. Ein Projekt, zu dem ich einlade, das mal ein bisschen zu erkunden. Ein Tool, das uns hilft, die Projektaufgaben wirklich im Griff zu haben. Und zwar die eigenen, die des Projektteams. Und zwar mobil und am Desktop. Und das ganz Charmante ist, mit Trello kriegt man die auch aus dem Hinterkopf raus. Sehr schön. Ich gehe gleich an die Esther. Man kann von Trello aus wiederum nach Evernote die Tasks rüberschieben. Und damit befasst sich dann Esther. Genau. Mein Motto ist, Durchblick behalten, Überblick gewinnen, produktiv sein mit Spaß. Mit Evernote, wie organisiere ich da meinen virtuellen Arbeitsplatz am besten? Das zeige ich euch. Sehr schön. Den Spaß greifen wir Ihnen auf, weil ich werde die Google Plus Communities vorstellen. Wir arbeiten ja bei UN-Uni TV mit einer sehr lebhaften Community. Und ich denke, das liegt nicht zuletzt daran, dass wir dieses Tool nutzen. Und das möchte ich anderen auch nahe bringen. Und genau, das ist auch der Übergang zu Nicole, die dann den Hangout-Probenraum bei UN-Uni TV hier leitet. Ja, genau. Danke, Anja. Wir nutzen als Besprechungsraum Google Hangouts. Und ich bin quasi zuständig für die Fitness im Hangout. Mit mir können alle üben, wie Hangouts genutzt werden und die darin befindlichen Tools. Sehr schön. Und wenn das ganze Paket geschnürt ist, dann geht die Arbeit weiter in LinkedIn. Und dafür ist Angelika zuständig, die das auch mir dann nahe bringt. Ja, ich möchte auf die Frage Antwort geben. Warum bin ich auf LinkedIn? Und was mache ich auf LinkedIn? Ganz einfach. Sehr schön. Sechs verschiedene Tools, sechs verschiedene Arbeitspakete, die wir in den Schnittstellen vorstellen und nicht so sehr mit einer klassischen Tool-Schulung. Das Ganze innerhalb von sechs Wochen werden wir das präsentieren. Man wird am Schluss eine Projektumgebung vorfinden und haben, die man mitnehmen kann und die man dann beliebig multiplizieren kann. Wir werden selber in dieser Arbeitsumgebung arbeiten. Und von daher denken wir, dass es ein sehr gutes Training ist für jeden Selbstständigen, der agil seine Projekte organisieren muss. Danke schön bis hierher für eure Vorstellung und alles Weitere kann man ab morgen im Ingen-Shop bei UN-Uni TV buchen. Das passt nicht wichtig. Vielen Dank.